Thorsten ist bei uns in der Section eine sehr wichtige Position. Er ist als Mensch, wie auch als Musiker, sehr energetisch und schafft es uns immer zu motivieren, uns ein oder andere Prozent mehr aus uns rauszuholen. Als Saxophonist in so einer Dreierhorn-Section ist man so ein bisschen das Bindegewebe, um vom Tiefen ins hohe Register zu kitten, zu füllen, es fett zu machen und zwischen Trompete und Posaunen ein bisschen zu binden. Am allerwichtigsten im Studio ist natürlich, dass man ein Instrument hat, wo man sich in erster Linie mal intonationstechnisch verlassen kann. Unter anderem auch wegen der sensationellen Intonation spiele ich seit 15 Jahren auch auf meinem Haupthorn in einem Yamaha Custom. Thorsten ist irgendwie auch noch so ein Bindeglied zwischen der alten Besetzung von Heavy Tones und der neuen Besetzung, würde man sagen. Und somit auch eine Brücke, eine gute Brücke zu uns im Grunde. Naja, ist halt trotzdem nur Torsten.